Großvater, auslesen wir ein Geschickter. Nein, mein Enkel, nein! Bitte, 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 bitte. Okay. Es war einmal, das ist das Flug der Bösegebäck in die Ergebäck der Drogenabhängige. Das ist mein Lukas-Folge-Gerrett. Das ist dann, die Kutah-Held-Mäscher. Das ist mein Lukas-Folge-Gerrett. Run. Ich brauche Kürtnipp. Wie viel Kürtnipp? Einhundertzwanzig Euro, bitte. Danke. Dann sah ein Drogenlugs-Haus. Nein! 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 No! Oh no! Oh no! Das war's für heute. Ja. 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 Ouh 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 Warum? Wie? 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 Quick. Dann war einer Hernd tot den Erwischwunden. Erwischwunden. Ich möchte eine Person von der Die Person von der Ja, ja, ja. Get out. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie nach heute. Ja, ja, ja.